Hallo Leute, heute ist wieder einst, der zweite Part von Loco. Zu Gast einmal Gunbreaker und Alphen Rear. Da sieht man den gerade tanzen, den Gunbreaker. Hier, ja beim ersten Part ist ja Loco abgekratzt, aber jetzt funktioniert's, hoffentlich. Anscheinend tanzen, ja wir tanzen gerade aus Freude und wir öffnen mal einen Raum. Gunbreaker öffnet den Scheiß auf. Natürlich gerne. Mach Autobalance aus. Jo, ich denke mal wir werden auch vorerst auf Chaos gehen, ich nenne mal unser Raum Hentai, weil ich, ich weiß nicht, weil ich Lust dazu hab. Wie immer. Ja, ich kann's einfach. So, ihr könnt jetzt join, Raum 809. 809, okay. 809. 809, 809. Da, Hentai. Ähm, da, 809. Ja, voll der geile Name. Hast du Autobalance aus? Jo. Ich hab mein Maid frei. Hey. Nur wen? Ich hab, ich hab sie frei. Die kann ich nicht spielen. Die ist... Ich bleib bei Alan, ich bin egal. Ich nehm Zufall, Zufall ist gut. Jo. Ja, mach ich mit. So, meine lieben Loco-Freunde, die's überhaupt mal angucken werden. Ja, wir spielen jetzt dann gleich. Und ich hoff, dieses Mal funktioniert's anstatt wie beim ersten Teil. Ja, wo dann dein Loco abgekratzt ist, kaum dass wir auf Start gedrückt hatten. Ja. Das ist jetzt ne neue Karte. Ich hoffe, dass ich die spiel kann. Das Battle war übrigens lustig, wo dein Computer abgekratzt ist. Das hättet ihr miterlebt. Ja, ja, wenn die jetzt alle ready machen, dann... ...seht ihr ja... Ja, dann... ...den ersten Mal. Das ist gut für dich. Wir sind alles drei Noops, die du Nilo Kuh gespielt haben. Ja, ich weiß. Alle Level. 13 L, 7 L. Ja, komm noch Police. Lilo, mach ready. Ach, ready. Ach, geht schon los. Guter Junge. Jetzt hoffe ich, dass es funktionieren wird. Boah, ich muss scheiß Yoshi-Schlüssel raus. So, ich hab' ich tausend Schlüssel bei mir. Wieso hast du Yoshi-Schlüssel noch? Ich hab' vergessen, den abzugehen. Elia. Ja. Hey, wir haben schon zwei Minuten auf. Oha, es werden mehrere Parts. Ja, ein Kampf. Mein Kampf. Mein Kampf. Ich denke, das muss unbedingt die Schlüssel sein. Ja. Nein, muss nicht. Ne, wieso man nimmt einfach bei jedem 10 Minuten neue Aufnahme auf? Also man drückt einfach F12. Ja. So, eine schöne... Ja, jetzt ist die Ladeanzeige da, anscheinend funktioniert es dann jetzt. Warum steht eigentlich unten rechts bei meinem Bildschirm Deutschland und Deutsch? Ach, wieso bin ich immer der Erste, der rauskommt? Keine Ahnung. Das Internet-Bag-Chrome. Bei mir ladet es grad in einer Sekunde so gesagt. Die... Ganz langsam. Wenn ihr das Lesplay anguckt, dann wisst ihr das. Ey, ich mach' zwei Parts jetzt, also... Dann. Zwei Parts werden nicht reichen. Weil ich glaub' das Battle wird so um die 40... Naja, bei den Gegnern. Und wir haben gar nicht mehr keine Reihe. Aber wir Glück haben auch. 25. Naja, ey, mal gucken. Also ich mach' so viele Parts, wie das ganze Battle ist. Und ich werd' jetzt wahrscheinlich danach ein Level Up. Du kannst die Mitte übernehmen, Genty. Ich übernehm' oben. So, dann hab' ich mal hier einen Bug in Loco ausgenutzt, dass ich hier direkt zu Spielbeginn hier unten stehen darf. Ja, das ist ein recht lustiger Bug, aber irgendwie schaff' ich den nie, ihn zu benutzen. Ja, ich bin immer noch auf der A... Ja, jetzt Schwarzbild. Da, so sieht's halt aus, wenn ihr dabei spielt. Nerdzeit, oh mein Gott, du heißt Irene. Geil, die hab' ich noch nie gespielt. Ich find' die scheiße. Also wenn ihr auf Zufall... Ja. Auch wenn ihr auf Zufall eins, also beziehungsweise random, wenn ihr auf Englisch habt, dann kriegt ihr irgendeinen Charakter, auch wenn ihr ihn noch gar nicht mal freigeschaltet habt. Du musst bei Irene auf erstes als 4 auf 4 skillen, dann hat sie diese Blitzattacke. Jetzt hab' ich auf 1 gespielt. Ja, egal, dann kann sie sich... Ja, auf 1 ist besser. Das ist, find' ich besser. Ja, kaufen. So. Ich glaub, bis Level 15, dann hielt sie sich damit über die Hälfte immer. Oha. Also, sehr gut. Ähm, ja, ich geh' mal zu... Gunbreaker... Und... Ja. Bei mir ist Ash, aua. Ash hat mir ne Münze im Kopf geklatscht und ich hab' 10 Leben verloren. Verdammt ist der stark! Eine Münze! Ey, er ist so nul-less. Da, wie die grad' kämpfen. Und... Ja, ich geh' grad' zu Gunbreaker, weil... Genau da, wenn ihr euch am Anfang level wollt, müsst ihr da hin, weil... Das ist ziemlich cool. Zum Leben. Ne, ganz, ich geh' in die Mitte, da ist nämlich niemand, da kann's hier am geilsten leveln. Ja, ich geh' zu Gunbreaker, der ist mir grad' schön dabei. Hier ist auch grad'n... Der mit seiner Flinte. Alter! Ja, schöne Musik, Ash! Schöne Musik, weil man's hören kann. Also... Ja. Okay. Hey, du wolltest es mit der Playlist ausprobieren, Andi. Bzw. Fenerier. Ja, später. Später. Zurück, zurück, zurück. Na, ich wollte ausprobieren mit dem Skill. Alter! Alter! Der Ash macht mich fertig und jetzt grad' mal level 3. Ich will grad' erstmal level 1. Ah, jetzt will ich level 2 gehen. Ja, okay, ich hab' überhaupt keine Angriffs-Items drin, aber... Das wird sich ändern. Wir sind jetzt 2 gegen 2, verdammt. Stirb! So, Nagel-Frau ist gleich weg. Schön. Komm, das sind Noobs, die werdet ihr wohl schaffen. Stirb, 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 stirb. Okay, wieder toll. Grüße, Claire. Ich hau' mal ab da oben. Ich hau' mal ab. Zum einen. Warte jetzt durch C. Ähm, ja. Ihr werdet das alles selbst erfahren, wie man die Steuer... Oh, der ist endlich tot. Hey, du... Hey, Genty. Genty. Genty, gehst du mit Irene unten lang? Wie unten lang? Ja, komm' mal her. Ich muss den Ash machen. Und allein schaff' ich den. Na ja, gut. Jetzt muss ich Gun Breaker, der gerade zu zweit angegriffen, wurde allein lassen. Ich verlasse dich. Ich verlasse dich. Ich verlasse dich. Das muss ich zu dem einen da zum Fennerieren. Oh, erstgänglich die Level 2er Mobs hier. Die Loops. Die Loops erinnert mich an den Film. Kleiner aber gemein. Ich hab' den ja einer von den Zuschauern hier. Ja, ich hab' mal level. Ich hab' der Stufe 4 da gemacht. Fick. Dich. Nee, der Ash kotzt mich an. Du kannst mich bei auch heiligen, gell? Ich bin schon da, ich bin schon da. Du drückst die Pfeiltaste nach oben und heilst mich. Ich bin schon da. Die Pfeiltaste nach oben. Ja, und ziehst auf mich und heilst mich. Welche Pfeiltaste nach oben? Unter der Pfeiltaste nach unten. Überspring. Oh, mach schlecht. 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 Warte. Nein, ich hab' gedacht, das wäre so eine spezielle Tasse jetzt da drin. Warte. Oder ist das so ein Skill? Warte. Ich krieg' dich nicht. Warte. 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 So, jetzt bin ich mein erst Angriffs-Eater. Der klaut mir ein bisschen Geld. Krass. Ich level mich jetzt in der Mitte weiter und ihn dann tot machen, wenn ich höher aus Level bin. Wenn. Da muss jemand hin. Wenn du was Level bist. Ja, da komm' ich aber nicht hin, weil der mich totmacht. Der macht uns beide tot. Ja, super. Da ging er zu dritten. Wie wär das? Das ist erstmal Tempo, weil ich bin zu langsam. So, jetzt bin ich eigentlich mal ein bisschen schneller. Ich leveln. Ich leveln, ich leveln. Ja, es sind noch zwei Minuten. Also, vergesst nicht Tschüss zu sagen. Vergiss mal bald immer wieder gern. Ja, das musst du ihm schon sagen, ne? Ja, ich sag' das schon. Wenn's 9 Minuten 35 ist, geht's wie bei ein Nerd-Rolle. Ja. Scheiße. Also, was ihr da grad gesehen habt, das war nicht, das war, die Viecher sind hier zu stark. Ja, ja. Oder du bist zu schwach. Ja, das ist ein Level 2, 3 bis... Naja. Und ich hab' bin ja auch erst beim Account, hier erst auf Level 1 also daher. Also, falls, weiß es, euer Account Level das euer Spiel, in diesem Spiel, in diesem Raum hier, naja. Ja, nice. Ja, noch eine Minute. In dieser eine Minute werdet ihr seh, wie ich grad wieder abkackt werde. Yeah, naja. Ihr werdet noch mal in diesem Part Gunbreaker sehen. Ja. Damit ihr ihn auch nie vergessen wird. Haha. Ach, da ist echt. Gib' Pa. Ich bin schon da, ich werd' schon da. Oh, das war, was war das, ey? Das spielt unfair. Spiel. So. Der stimmt. So macht man das. Ähm, ja. Noch 30 Sekunden. Und... Äh, wenn ich mich verabschiede und verabschiede, ich hab' auch. Und das aber schnell sagen, dann hab' ich nicht zu weg. Äh, ja, immer noch nicht. Ganz. Ja, auf Wiedersehen, Leute, und bis zum nächsten Part, wenn ihr das durch ihn anguckt. Ja, jetzt hab' wir noch zu sterben sehen. Und jetzt verabschieden die anderen. Jo, tschüss. Hau rein, Jungs. Ja, tschau. Ja, tschau. Warte. Ja, tschau. Ja, tschau.